Musik Gute und hallo ihr Lieben, hier ist mal wieder der Andi. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt, habe ich momentan sehr wenig Zeit, neue Videos zu drehen, um die dann einzustellen, für euch neue Anleitungen zu filmen. Das hat damit zu tun, dass ich Gott sei Dank im Moment sehr viel zu tun habe. Es sind einige Projekte, die gerade anliegen, einige Planungen, die anliegen. Ich bin momentan sehr viel auch im Freilichtmuseum Hessenpark zu Gange. Und das Tollste, das ich euch jetzt ankündigen kann, ist, dass es endlich Kurstermine gibt. Ich habe jetzt die Terminbestätigung bekommen, um mit euch bei uns im Dorf Gemeinschaftshaus ein paar schöne Sachen zu flechten. Die Bandbreite wird dabei gehen vom Anfängerkorb mit einem Holzboden, einfach um erstmal ein bisschen zu ertasten, zu erfüllen, ob die Weide als Material, als Flechtmaterial für euch überhaupt geeignet ist. Natürlich wird es auch den Korb für die Fortgeschrittenen geben, das ist allerdings ein Zweitageskurs. Da wird quasi am ersten Tag der Korpus erstellt, also vom Boden übers Aufstarken bis oben hin zum Zuschlag. Und am zweiten Tag kommt dann unten der beigesteckte Fuß, also der Stellrand, wie ich ihn immer nenne, dazu und natürlich ein Henkel. Aber es wird natürlich auch ein paar Deko-Geflechte geben, unter anderem aber auch noch das Burkina-Phase-Geflecht. Da kann man ja doch mehr draus machen, als es so den Anschein hat. Und die Termine dazu, die findet ihr in den nächsten Tagen bei mir auf der Homepage unter korbflechter.net. Da werde ich die dann im Einzelnen aufführen und natürlich auch eine Detailbeschreibung des Kurses, was also das Ziel ist bei diesem Kurs, was man da machen kann. Natürlich da auch mit Preis, Datum und Uhrzeit. Und wenn ihr Lust habt, einen solchen Kurs mit mir zu machen und nicht allzu weit weg wohnt, könnt ihr ja schauen, ob da vielleicht für euch was dabei ist und euch dann quasi einen Platz sichern. Jetzt würde ich gerne nochmal zu ein paar Fragen kommen, die mir in den letzten Tagen immer wieder gestellt wurden. Ich hatte euch in den Videos schon mal die Schlauchfolien vorgestellt und da war jetzt immer wieder die Frage dazu, was das denn ist und wie sich das Ganze verhält. Das zeige ich euch jetzt mal gerade. Das sind hier solche Folientüten. Ja, die haben eine bestimmte Breite. Die kann man sich quasi dann ablängen, je nachdem wie lange man sie braucht, also welche Weiden man hat, kann man die hier wunderbar reinpacken und dann halten die eingeweichten Weiden doch ein paar Tage aus. Die gibt es natürlich auch in kleineren Abbindungen und das ist jetzt hier eine 200 Meter lange Rolle und das sind 200 Mikrometer oder Mühmeter, ich weiß nicht genau wie das genannt wird. Und das ist kräftig genug, dass es auch eine ganze Weile hält. Und dann kommt im Freilichtmuseum Hessenpark immer wieder die Frage nach den Weiden, die ich für die Schulklassen verwende. Das sind ganz normale Korbweiden, das ist die Amerikanerweide, die sind ein Meter lang. Ja, und das sind Abbindungen von immer circa drei Kilo. Den Link zu dem Händler, in dem Fall ist das Hans Ender, findet ihr unten unter der Videobeschreibung. Und jetzt zeige ich euch eines meiner Lieblingsprojekte im Moment, wo ich gerade dran bin. Lasst euch überraschen. Es geht nämlich hier rum, ich habe mir nämlich ein Kammgeschirr zugelegt. Könnt ihr das sehen hier. Und dieses Kammgeschirr habe ich eingebaut in einen Rahmen mit einem Fuß. Ich habe es jetzt noch nicht aufgebaut. Diese Seilerei ist nämlich mobil und die kann ich mitnehmen auf zum Beispiel Dorffeste oder so. Und da kann ich zum Beispiel mit euch, mit Kindern und Erwachsenen, anfangen Seile zu drehen. Seil aus Hanf. Aber außerdem bin ich angefragt worden, was denn aus den Veredelungen geworden ist, die ich im Frühjahr gemacht habe. Da ist nicht alles so gut gewachsen, wie ich mir das erhofft habe, aber schaut selbst. So, man sieht eigentlich, dass man nichts sieht. Hier sieht man eine Veredelung. Die tatsächlich nichts geworden ist. Da ist auch die ganze Veredelung ab. Das heißt, da werden wir hier mal die Seidenäste so ein bisschen entfernen. Hier drüben, die ist leider auch nicht gewachsen. Man kann sie hier sehen. Das habe ich mir schon gedacht. Das ist diese Pflaumensorte, die sehr, sehr dünne Reischen nur hatte. Eins davon ist tatsächlich angewachsen, wie man das hier sehen kann. Aber wir werden es trotzdem versuchen. Dafür werden hier im Grunde die Seidenäste ein bisschen abgekappt, damit der Saft eben in die Veredelung geht. Ein bisschen Kallusgewebe hat es gemacht. Das kann man hier auch sehen. Hier an der Seite. Hier an der Seite, das ist das Kallusgewebe. Genau. So, und die äußeren Äste hiervon nehmen wir auch mal ein bisschen weg. Und dann kann man hier noch eine Sommerveredelung vielleicht versuchen mit der gleichen Sorte. Da sind die anderen einfach dran. Hier vorne ist noch eine nicht gewachsen. Schade. Aber auch hier, den setze ich jetzt einfach auf den einen Trieb. Den trockenen Ast, den schneide ich dann später mal raus. Aber so kriegen wir den Saft und die Kraft in die Veredelung, die gewachsen sind. Schaut mal hier. Das ist eine wunderbar angewachsene Veredelung. Ja, wunderbar Kallus gebildet. Das Gummi hat sie schon abgelöst. Und es ist ein schöner, kräftiger Trieb geworden. So, und hier haben wir noch ein weiteres Erfolgserlebnis hier. Das ist die Renneglote. Die ist hier wunderbar auch angewachsen. Hier kann man das Kallusgewebe sehen. Das wächst sehr schön. Auch schon recht starker Trieb. Zwei sogar. Sind wir mal gespannt, wie das im nächsten Jahr aussieht. Hier haben wir noch den separat stehenden, der in der Nähe von dem Kompost stand. Der ist auch sehr schön gewachsen. Hier unten, das sind Wildtriebe. Und hier oben, das ist die Veredelung. Das hier, das ist die Veredelung. Auch schön Kallus gebildet und hat sogar zwei kräftige Triebe ausgebildet hier. Sehr schön. Das ist auch eine Renneglote. Die können wir dann im nächsten Winter umpflanzen. Aber es gibt auch ein paar schöne Erfolgsbilanzen. Zum Beispiel hier haben wir dieses Jahr wunderbar Kirschen drin. Und die Rennegloten hängen auch schon drin. Tja, wie viel hiervon am Ende dann tatsächlich durchkommt. Je nachdem, was es für den Sommer gibt. Hängt eine Menge drin. Und dann wird man dann sehen. Aber wir hoffen einfach mal. Ananas Quitte. Auch unsere Mispel hat eine ganze Menge angesetzt. Kann man hier schon sehen. Da sind wir mal gespannt, was davon am Ende übrig bleibt. Da hängen noch mehr. Wir sind hier gerade unter dem Hasel. Es ist wunderbar kühl. Schön im Strauchschatten. Ja, das war es dann leider erstmal für heute. Wenn ihr noch Wunschthemen habt oder Anregungen, was ihr gerne nochmal sehen würdet, entweder zum Thema Korbflächen oder aber zum Thema Gartenhobby und Handwerk, dann schreibt es mir doch mal unten in die Kommentare rein. Würde mich sehr freuen, wenn ihr das tätet. Denn ich möchte ja Content bringen, der euch auch interessiert. Ja, einfach hier irgendwas abzufilmen, was dann im Endeffekt keinen interessiert, macht auch mir keinen Spaß. Und von daher würde ich mir wünschen, dass ihr möglichst breit gefächert Anregungen gebt, was euch wirklich interessiert. Dass ich dann für euch eben nochmal so eine Videogeschichte umsetzen kann. Bevor ich es vergesse, in zwei Wochen genau bin ich wieder auf dem Künstlerfest in Bad Salzhausen. Das 11. Künstlerfest dieses Mal. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Vielleicht habt ihr ja Lust und Zeit, da mal hinzukommen. Ansonsten hoffe ich natürlich, die eine oder den anderen mal auf einem der anderen Märkte zu sehen. Oder aber bei mir hier in einem Flechtkurs begrüßen zu dürfen. Würde mich sehr freuen. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Andi.